Ein geruhsames Wochenende wünsche ich mir. Ihr könnt auch gerne eins haben. Und dann schauen wir mal, was die Nerd-Probe heute hergibt mit dem... Die Kernprobe Himmel. Jetzt habe ich es so lange richtig. Jetzt habe ich wieder mal vorbeigelangt. Die Kernprobe mit dem Nerd-Chris-Kalender und dieser Frage. Wer war der Gründer der Simpsons-Stadt Springfield? Oh je. Hatten wir ja schon Simpsons, bin ich nicht so der Gottwisser. Ich sage mal Jeremiah Springfield, Jebediah Springfield. Jebediah Springfield, habe ich es gerade noch richtig erwischt. Na gut, das vermerke ich jetzt mal als richtig, weil es ja doch gestimmt hat letzten Endes. Auch wenn ich geschwankt habe. Gut.